Ich erkläre dir jetzt, wie die Hochzeitszeremonie ablaufen wird. Ich bin sehr neugierig. Erzähl mir alles. Zuerst werden die Gäste auf der Dachterrasse Platz nehmen. Verstehe, dann geht es also hier auf dem Dach los. Genau, dann wird der Brautvater die Braut hierher führen. Das wird ein sehr emotionaler Moment werden. Was passiert danach? Dann werden wir unser Ehegelübde ablegen und uns gegenseitig unsere Ringe geben. Das klingt romantisch. Der Pastor wird uns segnen und eine kurze Predigt halten. Wird es auch Musik während der Zeremonie geben? Ja, es wird einen Chor geben, der ein paar Lieder singt. Das wird sicherlich für eine besondere Atmosphäre sorgen. Und danach? Danach werden wir den Trauspruch vorlesen und uns das Ja-Wort geben. Das ist der Höhepunkt der Zeremonie. Wie geht es dann weiter? Im Anschluss werden wir als Ehepaar an den Gästen vorbeilaufen und von allen beglückwünscht. Werden wir dann eine Hochzeitsfeier haben? Ja, nach der Zeremonie geht es auf der anderen Seite der Dachterrasse los mit der Feier. Das klingt aufregend. Gibt es noch etwas, was ich wissen sollte? Es wird auch eine Traurede geben, in der enge Freunde und Familienmitglieder einige Worte an uns richten. Wie endet die Feier? Nach dem Hochzeitstanz werden wir den Abend mit Musik und Tanz ausklingen lassen. Das hört sich nach einer perfekten Hochzeitszeremonie an. Ich freue mich schon darauf. Ich hoffe, es wird ein unvergesslicher Tag für uns alle. Danke, dass du unser Brautzeuge bist.